So, okay, kurze Unterweichung geht weiter. Also, äh... Ja, die Flagge. Das war das... Guck mal, der Fisch guckt ja. Die hat ja die Augen. So, und wo war ich noch? Den Kugelfisch haben wir noch gemeinsam geholt. So, das ist ja zusätzliche Luft. Warum ist denn der Guck-Guck schon... Achso, jetzt weiß ich, warum der leer ist. Was hatte ich denn noch geschaut? To-Do-Liste öffnen. Den Web der Web der Intelligenz gewinnen. Stimmt, das muss ich auch noch machen. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich hier noch war. Nach der Flagge fragen. Sie wissen es alle, ne? Äh, kann man die kaufen? Eigentum der Seetorffel. Mit der who? No one. It's too late. The bait's out of the bag. We might as well tell him. The Chums is by way of being a semi-secret society of anglers. Mostly we tell stories. I have stories about fish. Ja, da hab ich nix zu erzählen. Kann ich den Seetorffeln beitreten? Kann ich meinen Fisch gegen einen anderen eintauschen? Was könnt ihr mir über Bella Fischer erzählen? Machen wir das mal. Was kannst du mir über Bella Fischer erzählen? Bella Fischer. Aye, sie könnte ein Yarn von Port Royal zu Trinidad. Und wieder zurück. Und ein konsumierter Angler sie war. Eine andere Gesellschaft. Aha. Okay. Ja, die Flagge. Hat euch Bella Fischer jemals einen großen schicken Schlüssel gezeigt? War nicht. Hm. Erzähl mal noch mal von Bella Fischers Anglers. Die wiederholen sich doch jetzt nur, oder? Drei Hinweise. Ja, die drei Flaggen. Habt ihr das Erdbeben gespürt? Habt ihr euch das Erdbeben gespürt? Das haben wir gemacht. Erstens dachte ich, es wäre nur ein Stammkopf, die über die Frühstück zu schicken. Aye, wir alle haben das gedacht. Aber das müssen wir denen unbedingt erzählen. Ich hauze für das Geheimnis von Monkey Island. Das Geheimnis? Ja. Ja, super. Das wollen wir haben. Akkad. Neun. Ein walisischer Pirat. Da wurde nicht so lange geschnackt. Wir sind früher gestartet. Aber du hast quasi noch nichts verpasst. Ich versuche gerade an diese Schlagge zu kommen. Das ist die letzte, die ich brauche. Und dafür muss ich wohl den Seeteufeln beitreten. Und die Seeteufel, das sind die drei hier. Das ist ein geheimer Anglerverein. Und Bella Fischer, deren Schlagge das war, ist wohl auch eine berühmte Anglerin. Das wusste natürlich niemand außer den und Bella Fischer. Ähm. Kann ich den Schäumen sein? Well. Ja. Bitte. Ich kann eine gute Geschichte erzählen. Ich kann eine gute Geschichte erzählen. Ich kann eine gute Geschichte erzählen. Hast du noch gute Fisch-Story? Ja. Eine Minute wurde ich von einer Manatee getrunken. Kein Mensch weiß, was eine Manatee ist. Trust me. Mach es ein Wälder. Es wird besser. Okay. Gehe diese Fischungslue. Andere Schäumen werden diese auch. Auf ihren Klauen oder irgendwo geblieben. Ah ja. Ich hab denen alle noch schon öfter gesehen. Achso. Verdammt. Keine Spoiler. Keine Spoiler. Wo ist, äh... Keine Mods hier, ne? Verdammt. Keine Spoiler. So geht das ja nicht. Ne, ich will einfach weg hier. Dann brauche ich ja nicht mehr. Dann können wir eigentlich, können wir mal den Krötenfisch mal mitnehmen, ne? Alles klar. Mal Krötenfisch dabei. Warum nicht? Angeln sie eigentlich auch? Hi there. Hi. Hello again. I think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. Achso, klar. Auf Terror Island. Äh, da wollten wir uns noch umgucken. Da waren wir ja noch nicht. Ich hab mir nur kurz den Fuß drauf gesetzt und bin wieder umgedreht. Guck mal, da ist sie doch. Mit der Beratungsstelle. Ach, hier muss das Ding erst tragen, ne? Kann das sein? Mein Sehntor ist wieder so, ne? Ah, ja, okay. Böschön. Mal ein Köderzeichen. Gleich wieder weggepackt. Als wäre es ihn peinlich. Wurde mein Schiff von einer Seekuh verschluckt. Einer sehr, sehr großen Seekuh. Wurde mein Schiff von einem Wal verschluckt. Wurde unser Schiff von einem riesigen Kraken anerriffen. Ne, ein Wal. Ein Wal ist super. Mein Schiff wurde von einem Wal. Du weißt, was deine Geschichte braucht, ist eine Part, um uns auf die Stelle zu setzen. Um uns zu wissen, was passiert ist und wer die Leute sind. Es sollte am Anfang kommen, wie ein, ähm... Ein Anfang? Wie ein Anfang, genau. Wie, ich war auf dem Deck eines Spanisch-Galleons mit Horsface und Ichijo. Und dann all of a sudden. Und dann zieht du es von da. Willst du es mal versuchen? Ja. Okay. Ich hatte gerade eine Blockade durchbrochen. Ein Piratenjäger namens Morgan of the Flayer hatte ein Schwert auf meinen ersten Art gerichtet. Ich war oben in einem Cremes mit einem dämonischen Ausgub namens Flambe. Es war mein erster Ausgub namens Monkey Island. Die Mannschaft war unruhig. Ich war in einem Park und sprach mit meinem Sohn. Für den Dänier. Wurde mein Schiff von einem riesigen Wall verschluckt. Das ist ein Schiff von einem Schiff von einem Schiff. Ja, das ist der Weg. Obwohl, du bist hier nicht. Aber nicht mehr. Andere Schiffe können dir mehr von den Rücken zeigen. Okay. Wir kommen langsam voran, ich merke schon. Wo habe ich denn noch? Das Museum hat zu, ne? Die Gouverneurin angelt nicht, ne? Ich gucke mal, mal kurz angucken hier. Ich glaube nicht, dass die angelt. Nee, sie angelt nicht. Dann lass, achso, ja, wir hätten ja auch direkt über die Karte. Äh, Moment, angelt da nicht jemand? Von den Jungs hier? Äh, hier? Angelst du nicht auch? Du angelst da auch, genau. Wow. Fuck. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? Am Pilatenleger namens Morgan Lafley. He had my first mate at swordpoint. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. You know what? I think your story would really benefit from some colorful description. Like, when I hook a fish. I don't just say, I hooked a fish. I say, there was a majestic fish, listening like liquid silver, dashing through the waves, streck dir wie die Wahrheit der Mutter eines Schuljungs. Oh, das ist deutlich besser. Ja. Okay. 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 Ich hatte gerade eine Blockadeberuchung, die so dick und tödlich war wie die Krabbensoße in der Skwamba. Ne, wir nehmen wieder Morgan Lafley. So ist es ja gesehen. So ist es ja gewesen. Und dann, all of a sudden. Wurde mein Schiff von einem gigantischen Alabasterwal verschluckt, mit Augen wie der Schicksal oder der Haut, die von hundert Tabunen tätowiert war. Oh, das ist gut. Oder von dem riesigen Krak mit 40 Tentakeln angegriffen, die wie uns grässliche sich windende Finger des Meeres selbst aussahen und nach uns griffen, um uns herunterzuziehen. Mein Schiff wurde von einem Titanic-Alabaster-Wale mit Augen wie der Destiny und der Haut, die von hundert Harpoon tatuiert. Dazzling. Ich kann sehen, dass du deine Flugzeuge entwickelst. Du sprichst mit anderen Schäumen und wirst du wirklich lernen, zu soren. Ich werde das machen. Elayne. Hi. Ich zeige dir den mal. Aber sie wird mich angeln. Greetings fellow Chum. Guybrush. Du hast die Chums gesammelt. Ich bin glücklich. Vielleicht wird ein neues Hobby dir helfen, dir deinen Geist aus dem Zeichen. Um, sicher. Well, lass uns hören, was du bekommen hast. Sie kennen auch jeden, ne? Und dann, all of a sudden... ...my ship was swallowed by a Titanic-Alabaster-Wale ...with eyes like Destiny ...and skin tattooed by a hundred Harpoons. Das ist schön, Guybrush. Aber ich denke, du hast den most interestingen Teil. Wie ist es ausgegangen? Achso. Was ist da passiert? Die Leute wollen über die Erfahrung hören. Das macht Sinn. Willst du es versuchen? Ach doch, sie angelt auch. Da, guck mal. Jetzt sehe ich es. Ich gucke der Frau ja in die Augen, nicht auf die Brüste. Deshalb sieht man das nicht so schnell. Da ist auch der Beweis. Okay. So, dann... ...the Pirate-Hunter Morgan LaFle had my first mate at Sword Point. And then, all of a sudden... Ja, ja, ja. Ich guck wirklich zuerst in die Augen. Es gab Ausnahmen. Da stehe ich auch zu. Aber die sind selten. Ähm... Wurde mein Haul... Genau, der Alla was dabei? My ship was swallowed by a Titanic-Alabaster-Wale ...with eyes like Destiny ...and skin tattooed by a hundred Harpoons. Der Beweis ist wohl ja so eine neue Brille draußen. Ein Typ, der schon drin war, dachte ich wohl ihm seine Freundin wegnehmen. Der war schon im Wahl, oder was? Hahaha, wie doof ist das denn? Drin war es, als würde man auf Weichkäse laufen, mit Flüssen von Erbsensuppe, die stank wie die Achselhöhle einer Bootsmannspfeife. Das Schiff wurde auseinandergerissen wie vier betrunkene Hochzeitsgäste, die sich um die letzte Oster streiten. Kennen wir doch alle, oder? Die Mannschaft wollte sie zum Essen anladen. Ich verstand nicht, was sie meinten. Das verstehe ich allerdings auch nicht. Was nehmen wir denn schon? Der ist witzig, aber... ...das ist doof. Ich würde das mit dem Weichkäse nehmen. Innerhalb war es so, wie man schlafen kann mit Flüssen, mit Flüssen von Pee-Soup, die so wie eine Bootsmannspfeife. Vor allem, damit er unter Wasser brannte. Blenden wir die Sonne und wüten wie das Meer. Oh, das ist natürlich auch cool. Nee, wir müssen jetzt dabei bleiben. Eine falsche Bewegung, und du würdest du Jonas-Overcoat tragen. Eine Farbe grössige Flüssen, wie dick als der alten Pancake-Battern. Ich denke, du hast es. Ich denke, das ist wirklich gut für dich. Du solltest noch andere Chums finden, die mit deinem Geschenk mit ihr. Ich mache das. Okay, sind wir fertig? Sie meint, das ist richtig gut. Die glaubt ja an mich. Lass uns aber nochmal woanders hinfahren. Einmal nach Bermuda. Mal gucken. Angelt der Richter denn zufällig? Ich glaube nicht, dass der Richter angelt. Ich sehe keine Chumslur. Dann gehen wir mal lieber. Moment, sie angelt doch aber. Oder nicht? Angelt sie nicht? Nee, sie angelt auch nicht. Hätte ich jetzt gedacht. Ich sehe keine Chumslur. Es ist langsam mit Schloss. Ja, aber wo sollte ich denn sonst was auftauchen wollen? Frage ich mich. Ah, er hier. Ja. 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 Wir gucken mal. Okay. Okay. Der Piratenjäger namens Morgan Leflay hat ein Schwert auf meinen ersten Maat gerichtet. Der Piratenjäger Morgan Leflay hatte meinen ersten Maat am Schwerpunkt. Und dann, plötzlich... Bei den Schnurreißern. Drinnen war es, dass wir auf Weichkäse laufen. Gibt's hier noch was Besteres? Ne? Ah, Landratte. Okay, da ist die Landratte dazu gekommen. Zum Glück kann der durchschnittliche Seemann den Geschmack einer Meerjungfrau nicht von denen eines Bullenbeißers. Das ist doch aber nicht richtig. Das ist noch nicht wirklich fertig. Fass wir eigentlich die Damen. Schnurreißer, ja. Ne. Ach was, echt? Mit der? Warum? Ach, da ist unsere Karte. So Locksmith? Hi there. Hi there. Hi there, fellow Chum. Hi there, fellow Chum. Hi there, fellow Chum. Hast du eine Geschichte zu sharen? Genau, machen wir es nochmal. Der Piratenjäger Morgan Leflay hatte mein erstes Maat am Schwerpunkt. Und dann, all of a sudden... Mein Schwerpunkt wurde mit einem riesigen Schwerpunkt geflogen. Einen realen Chum-Chomping-Linebreaker. Aber da fehlt noch. Irgendwas fehlt da noch. Da ist der Bullenbeißer drin. Hier oben ist nichts drin. Genau. Wird jemand geheiratet? Oder getötet oder beides? Ja. Ja. Ja, bitte. Schwerpunkt. Schwerpunkt. Entschuldigung. 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 Und du würdest dich Jonas-Overcoat tragen. Einen Lauf von gräziger Flemmen. Das ist dick wie die alten Pancake-Batter. Dankeschön. Das ist mal richtig gut. Der ist witzig. So. Die Kreaturen am Rhein reißen aus wie ein alter Seemann vor einem Stück Seife. Natürlich mussten wir dann das Feuer löschen. Ich weife hier zur Flucht, als die Nacht herein brach. Wir schreiben uns immer noch von Zeit zu Zeit. Das ist die Meerjungfrau. Ne, das ist der Regenschirm-Kombikörder. Und dann haben wir einen Umbrella-Jig-Head in der Beesties-Mouth und haben sie von der Innere abgeladen. Ich denke, du hast einen Lock auf. Du hast die Piele sehr gut gesammelt. Ich denke, sie würden deine Teile über den Weg in der Fisch-Shop. Yes. Das machen wir. Holzen wir aber. Ebenfalls einen schönen guten Abend. Schönes, äh... Ach ja, Sonntag. Schönes Wochenende. Hallo. Wie geht's, Junge? Du hast den vertrautlichen Blick eines Mannes mit einer Geschichte in der Stelle. Ja. Und wie. Ach so. Selbstverständlich. Natürlich müssen wir den Ritual wieder zeigen. Yes. Hab ich. Ja, dann ist er gut. Um... Ja... Ähm. Reicht das? Das war eine Geschichte. Ja. Cool. Großmeister. Ein schönes Draußen Dunkel. Danke. Ja, cool. Errungenschaft freigeschaltet. Trophäenfischer. Darf ich jetzt die Flagge haben? Ja, dann. Seriously? Intermischen. Ah, da ist sie endlich. Be sure to treat it nice. It doesn't need more holes than it's got already. Nee, auf gar keinen Fall. Dankeschön. Gehabt euch wohl. Zurück zum Schiff. Das können wir doch auch abkürzen, wenn wir hier die... Das ist... Das ist... Das ist... Das X markiert den Weg. Wow. Okay. Ab dafür. Bella Fischers geheimer Angelplatz. Haben wir den Fisch aufgeblasen. Das ist der schlimmste Job der Welt. Der Kugelfisch verliert sehr schnell Luft. Jetzt aber. Den Kugelfisch hätten sie über Subnautica mal einbauen sollen. Statt diesen Airbladder. Das wäre witzig gewesen. Oh, das Frack. Das ist einer der goldenen Schüssel. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Echt jetzt? Das ist nicht meine Schuld. Sie sollten nicht den Kugel so hart in den Kugel haben. Ja, das wird's sein. Bella Fischer sieht wütend aus. Ich bin nicht superstitious. Aber ich habe einen zu viele wütende Geschäfte gesehen. Ich hätte besser geschehen. Guten Tag, liebe Freunde. Ich habe eine Geschichte für Sie. Der Piratenhunter Morgan LaFle hat... So viel Zeit muss sein. Und dann, all of a sudden... ... 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 Guten Abend. Ab morgen an dem Urlaub? Wo geht's denn hin, wenn ich fragen darf? Einen falschen Bewegung und du würdest du Jonas-Overcoat wearieren. Eine Läge von grössigem Flemmen, so dick wie der alten Pancake-Batter. Dann haben wir einen Umbrella-Jig-Head in der Beste-Müste und tauschen sie aus dem Insel. Oh, sorry about your ship. Das ist aber eine großartige Shit, die sie hätte ruhig mal was sagen können, oder? Oh, in der Zwischenzeit. Ja. Verdammt, wer hat gepetzt? Oh, was ist mit ihr passiert? Nein. Verdammt. Gerade jetzt, wo ich zwei Schlüssel hätte und ihn jetzt von der Dame bekommen hätte. Hey, LeChuck, wir sind hier. Hahaha. Siehst du noch etwas? Das kann ich verstehen. So, wir haben jetzt zwei Schlüssel. Ich bin nicht hier. Es hat vielleicht ein bisschen Seaslime, aber trotzdem eine der die schönsten Schlüsse, die ich noch gesehen habe. Okay, wir müssen weg hier. Wir müssen, keine Ahnung, wir docken mal bei LeChuck an. Mal gucken. Vielleicht hat sie den Schlüssel ja hier irgendwo versteckt. Wo könnte sie den Schlüssel verstecken? Vielleicht in seiner Kabine? Wo sind eigentlich die ganzen Quizkarten, die wir noch brauchen? Geht's mal ernsthaft? Gibt's New Game Plus? Ernsthaft? Unerwartet, aber willkommen. Ja, aber wie komme ich denn da ran? Haben wir noch was von dem Pfeffer? Das geht nicht. Den Schlüssel nehmen. Yikes. Mann. Das kann man nicht angehen. Ich habe dieses ungenüsste Ei-Problem hier noch. Wie doof. Isst du Fisch? Nee, du isst nur Hühnerfutter. Das ist das Problem. Das kann ich aber nicht würzen. Es ist eigentlich ein Lifetime-Supply. Die Hühner zeigen sich grinslich unbeeindruckt. Wie komme ich denn mal an dieses dofe Huhn ran? Wir brauchen erstmal neues Geisterhühnerfutter. Nimm das Huhn mit in den Kombüsten. Wenn ich es denn tragen könnte. Das wäre ja mal was. Ich glaube nicht so. Och, wie ungünstig. Kann man das mischen? Das habe ich, glaube ich, alles schon probiert, ne? Wie soll ich denn an dieses Huhn kommen? An diesen Schlüssel kommen? Excellent. Yikes. Ich habe hier schon so oft gefüttert. Die werden nicht zahmer dadurch. Die müssen noch nicht pupen oder so. Ach, doch, warte mal. Vielleicht können wir das... Während sie das Futter isst. Das wird es wahrscheinlich sein. Yikes. Nee, auch nicht. Ja, aber wie soll ich denn da auch rankommen? Dann könnte ich ja auch das Ei auf die Art und Weise nehmen. Ich kann nicht einfach durch so einen Huhn durchgreifen, oder? Ich werde meine Distanz behalten. Mütter sind eher wischös, die ihren Jungen zu retten. Nee, nee, das funktioniert nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay. Zum Eierlegen animieren. Soll ich mich auf den Kugelfisch setzen? Kann man mit dem Monokel da irgendwas machen? Da will ich ja nicht hin. Kann ich mit dem Monokel irgendwas machen? Und dem Huhn da? Nee, ne? Äh. Ich bin überraschend, ob ich diese Geschichte in meine Memoirs in den Momenten bekluehen kann. Manche Dinge lösen sich von alleine. So, die Swabie sagt, die Mappe oder die Bucket? Ha, 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 ha. Es wird dann gekackt. Normales Freitag, wenn du... Ja. Lala, 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 weiß, was sie macht. Meine Mutter hat immer gesagt, gute Pizza braucht Zeit. Das ist idiotisch. Nee, bestimmt. Oh. Der kommt mit dem Schwert zur Schießerei. Normales Freitag, ja, aber das ist ein durchaus schüchternes Huhn. Also, das Huhn hat auf jeden Fall ein gewisses Gespür für Privatsphäre. Guck mir nicht beim Kacken zu, sag ich mal, ne? Ich frag mich, wo die ganzen anderen Quizkarten sein sollen. Wir gucken jetzt erstmal nach der Dame. Aber die ist ja wahrscheinlich weg. Nee, da oben ist sie doch. Hi. Hey, boy. Got a warning for you. No warning? You're in danger. Okay. A stocky little ghost lady found me out. She came here and roughed me up. Took away my golden key. Oh no. I know when I'm beat. I'm giving up on the secret. You ought to get out too. Thanks for the warning. Duschvorhang for the win. Wieso den Duschvorhang? Achso, wegen der Privatsphäre. So näher. Schönen guten Abend. Ich glaube, ich hab deine Schlüssel gefunden. I think I may have found your key. That's good. You be the caretaker now. I don't need the danger. Okay. Ich hab drei golden Schlüssel. Da fehlen noch zwei. Good for you. But you be careful. Ja, sag mal mal. Sag mal, was du weißt, wo die goldenen Schlüssel sind? Ja. Die mean little ghost lady got mine. Ja. Oh, Mrs. Smith hat einen. Hab ich. Ach so, jetzt krieg mir gerade wieder eingefallen. Hab ich. Ja. Must be at the bottom of the ocean now. One somewhere on Bermuda. And one on Terror Island. Ja. Not much chance to collect them all, so it seems. Okay. I'm sorry to hear about your key. I hope your luck is better. Hey, all kinds of luck. See you around, whitey. Most likely. Okay. 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 Not done with my drink. It's one of the most beautiful keys I've ever seen. I can feel all the warmth escaping up the chimney. Oh, Moment. Vielleicht können wir hier Feuer einziehen. Ja. Was bringt uns das? I could do this professionally. Ach, jetzt fängt das hier an zu schmelzen. It's loud about every 15 seconds. Like my Uncle Ernie. Alle 15 Sekunden laut. Kann sie sich denn nicht konzentrieren bei dem Lärm? Oder was soll das sein? Wofür ist es wichtig? Wofür ist es denn wichtig? Keine Ahnung. Wir machen das mal. Mit dem Feuer muss ja irgendeine Bedeutung haben. Gucken wir mal. Ach, sie dreht sich um und dann tausche ich die Zettel aus. Das ist es. Wow. Wow. Time's up. I'll take your papers. Hmm. Hmm? I am most surprised by this, but the evidence is clear. Mr. Threeput is the winner. But how is that possible? Clean living, regular exercise, and a brain like a mountain. Dense, motionless, and shaped by erosion. You can see the difficulty I'm having. I can. Better luck next time. Und so, wir sind Königin. Citizens of Bermuda, Mr. Guybrush Threepur, Esquire, has somehow successfully bested our beloved Queen Odina at all three of our traditional challenges. We are gathered to complete an orderly and peaceful transfer of power. Wir können es auch gerne mit Gewalt machen. So, sehr geil. Cool. Cool.